Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur ersten Folge von Among the Sleep. Halloween steht vor der Tür, das heißt es dürfen auf diesem Kanal natürlich nicht die Horrorgames fehlen. Wir starten also eine neue Geschichte in Among the Sleep. So, lasst euch von dieser kindlichen Welt nicht täuschen, das Ganze soll ein Horrorspiel sein, das heißt es wird auf jeden Fall noch Horror kommen, aber es fängt halt sehr harmlos an, sag ich mal. Und ja, wir gucken einfach mal rein, ich hab das Spiel selber noch nicht wirklich richtig gespielt, halt nur geguckt, ob es funktioniert. Und ja. So, erstmal ein bisschen rechnen hier. So. Also ich muss ehrlich sagen, das Spiel selber gefällt mir wirklich mega gut, weil man hier wirklich alles verwenden kann und irgendwie alles greifen kann. Und so, das ist richtig cool. Mega cool ist das. So, das können wir auch nochmal ein bisschen verschieben. Richtig, richtig cool. Ich sehe überhaupt nicht niedlich aus in meinem Schlafanzug, nein. Oder sehe ich niedlich aus. Nee, das will ich nicht. Ich hab voll Bock auf Kuchen jetzt, ne. Ja, ich bin fertig. Oh geil, erstmal Kuchen essen. Richtig, richtig geil. Was war das? Okay. Das heißt. Da kommt jetzt einfach. Alter, was ist das? Das sieht so aus, als wenn das Baby jetzt so schreit so. Kuchen! Ich will meinen Kuchen! Oder irgendwie sowas. In der Art. Also so sieht das ein bisschen aus. Sonst wenn das Baby schreit. Aber ich vermute mal, dass es was anderes ist. Ich weiß es nicht. Da kommt sie auf jeden Fall wieder. Ja, du warst Ewigkeiten weg. Das fällt dir einfach ein. Abzuhauen. Nein. Allein schon, das hab ich gerade gefunden. Die hat das eben von so einem Typen oder so in die Hand gedrückt bekommen. Das hat doch eben geklopft. Also meine Traumfrau wird das auf jeden Fall nicht. Das muss ich schon mal betonen. Aber was ich sehr, sehr cool finde. Die hat eine Bernschrankkette. Was ich sehr, sehr cool finde, ist halt dieser Blickwinkel von einem Baby. Das muss ja todlangweilig sein als Baby. Das muss ja tod... Oh, das finde ich ja mega geil gerade, ne? Mega cool. Also muss ich ja ehrlich sagen. Also wenn hier die Credits angezeigt werden. Das ist mega geil. Richtig, richtig cool. Auch dieser schwarze Nebel und so. Das ist mega geil gemacht. Voll begeistert von dem Spiel. Hat auch übrigens eine sehr, sehr gute Bewertung. Das heißt, wenn ihr spielen wollt, auf jeden Fall auf Steam. Einfach im Morgen das Team eingehen. Ihr findet das sofort. Also das ist überhaupt kein Thema. Aber ist ja... Ich hätte die Tür zumachen können oder so. Da war auf jeden Fall ein Symbol. Ach man. Hätten wir das machen können. Das würde mich mal interessieren, ob das möglich ist. Ja, dann zeig mir das neue Spielzeug. Oh, ein Teddy. Wie cool. Im schönsten Moment muss die Mutter natürlich abhauen. Im schönsten Moment muss sie natürlich abhauen. Das war wieder so klar. Mami, warum... Die lässt mich einfach hier... Nein. Ich... Ich will... Ich will mein Spielzeug. Oh, hier sind Bauklötze. Kann man damit irgendwas legen? Irgendwie so ein Wort oder so? So, so... Äh... Kann man die drehen oder so? Aber da sind nur... Äh, egal. Wir haben hier noch... Beide... Also hier kann man wirklich alles bewegen. Das ist richtig, richtig cool. Kann man das Kissen auch... Das Kissen kann man auch bewegen. Es ist göttlich. Und diese Bewegung... Das sind so Kleinigkeiten im Spiel, die das Spiel so richtig geil machen. So richtig cool. Cool. Auf jeden Fall krabbeln wir hier jetzt durch. So richtig skillhaft und so. Können wir das... Ja, haben wir auch im Kissen und so. Hä? Das war Lachen. Okay. Äh... Da steht immer Verwende Non. Ich weiß... Also ich weiß, was wir verwenden müssen. Aber... Das habe ich nachgeguckt. Also ganz am Anfang des Spiels gezeigt. Ich will hier runter. Lass mich. Äh... Bäm! So richtig aufs Kissen. Richtig skillhaft. Wir sind aber ein schlaues Baby sozusagen. Also wir sind... Gut, wir sind zwei Jahre. Aber wir sind schlau. Wir sind richtig schlau. Wir sind mega schlau. Richtig cool. Ich sehe jetzt Mutter hätte das Kissen weggeräumt. Aber... Äh... Ich will auf jeden Fall jetzt meinen Teddy haben. War die Packung eben auch schon auf? Ich will meinen Teddy haben. Gib ihn mir. Da ist gar kein Teddy drin, ne? Äh... Da ist gar kein Teddy drin. Oh, das blinkt. Da will ich drauf drücken. Oh, cool. Oh, cool! So was habe ich früher auch gehabt. Und zwar aus Lego. Also ich habe nie wirklich so Holzmodelle oder sowas gehabt. Aber ich habe sowas als Lego immer gehabt. Das ist richtig cool. Hier sind auch noch ein paar Bauplätze. Kann man das Buch auch hier hochheben? Ne, das kann man nicht hochheben. Schade eigentlich. Das, äh... Ja, finde ich eigentlich sehr schade, dass das Buch... Da ist unser Teddy. Wie cool. Das ist mega. Ja, ich habe dich gefunden. Ich bin ein schlaues Baby. Was für ein Kreativer, Hame. Oh, ein Spaß, ein sprechender Teddy. Ich finde das so cool gerade, ne? Ich finde das gerade so cool. Jedes Kind hat sich einen sprechenden Teddy früher gewonnen. Und... Äh... Okay. Halt hier die Augen zu. Okay. Rosa Elefanten. Welchen rosa Elefanten? Okay. Keine Ahnung. Dreh dich um und halt dich die Augen zu. Äh... Mit Escape? Okay. Oh, wie cool. Dann kommt man mit den... Kommt man ins Pausenmenü, wenn man sich die Augen zuhält. Das ist mega cool. There. You can look now. Ich kann gucken. Okay. Rosa Elefant. Rosa Elefant. Wo hast du den rosa Elefanten? Also... Okay. Alles klar. Das ist super versteckt. Es ist mega gut. Also, ich hätte den echt auch anhieblich gefunden. Nein. Das ist ja... Ja, natürlich hab ich den gefunden. Ich bin ein schlaues Kind. Ich will den rosa Elefanten jetzt mitnehmen. Aber wie cool, dass wir einen sprechenden Teddy haben. Spiel-Uhr? Die hab ich eben schon gesehen, ja. Also, die haben wirklich auf viele Kleinigkeiten geachtet. Und das macht das Spiel richtig cool. Was mir aber auffällt, hier zum Beispiel fehlt die Kleinigkeit, dass sich das dreht. Und auch oben hier die Tänzerin. Aber man... Die vermuten sicherlich, dass man das nur von so sieht. Und dann von weiter weg auch. Vermute ich mal. Dass man da nicht so wirklich drauf achtet. Das haben die jedenfalls gedacht. Ich achte aber auf solche Kleinigkeiten. Immer. Grundsätzlich, aber das bewegt den nicht. Das finde ich sehr schade. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wie cool dieser Teddy ist. Und wir sehen unsere Beine. Das ist... Das ist so mega in so einem Spiel. Das kommt nicht so oft vor. Also muss man ja sagen. Inzwischen, ja. Aber früher war das... Ach, deswegen konnten wir das Buch nicht verwenden. Oh, wie cool. Der liest uns eine Geschichte vor. Das ist richtig mega. Okay, ich setz mich hin. Jetzt lauschen wir in der Geschichte. Wie cool dieser Teddy ist. Das ist so geil. Darf man nicht anfassen? Wie geil dieser Teddy ist. Ich feier den richtig Hardcore. Ich feier den richtig Hardcore. Ja, das haben wir vorhin schon gemacht, ne? Bäm. So. Das ist genauso faszinierend wie ich davon. Richtig cool. Mega cool. Aber wir können nicht springen oder sowas, ne? Wir können doch ritter. Ich will... Ich will... Okay. Müssen wir dich irgendwie... Mit der Maus das so hochheben? Oh, wie cool. Wir können unseren Teddy tragen. Oh, ist das cool. Richtig dunkler Ort. Die Kiste? Da können wir aber nicht rein, denke ich. Ne? Ne. Der in den Schrank, würde ich sagen. Also ich denke, in den Schrank müssen wir dann... Hier ist eine Kiste vor. Kriegen wir die weg? Bäm. Oh, wir sind ein starkes Baby. Richtig, richtig. Kraft. Bäm. Und so. Also wir sind ein richtig schlaues und sogar starkes Baby, Alter. Wir werden richtig so ein Super Saiyajin oder irgendwie sowas. Richtig mega cool. Und hier ist auf jeden Fall ein dunkler Ort. Richtig cool. Es muss dunkler sein. Dunkler sein. Dann müssen wir die Tür zum machen. Ach, sagt er auch sogar. Ich lese nicht immer die Untertitel. Oh, wie cool. Wie cool. Ich fühle mich gerade wie ein Narnia. Einfach durch den Schrank. Fühlst du dich gleich sich festdrücken? Ach, wenn wir den Teddy drücken, dann kommt ein leuchtender, sprechender, laufender Teddy. Wie cool das ist. Es ist so mega cool. Wie cool. Ich fühle mich gerade wie ein Narnia. Wie ein Narnia. Richtig, richtig, richtig cool. Es ist mega. Es ist so mega. Wie viel hier auch ist. Wir können auch nicht laufen oder so, ne? Also irgendwie rennen oder so. Ja, das habe ich gehört, ja. Wie cool das ist. Hä, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Wie mega ist das denn? Das ist richtig cool. Hallo, Mr. Bear. Nice to meet you. Das ist nicht lustig. Der Bear kann wirklich sprechen. Mann. Oh, natürlich versteck ich. Ja, das muss so scheiße sein, als Baby, wenn da so ein riesen Gesicht auf die Zugang und dann noch sowas. So ein Gesicht. Wie langweilig so ein Baby, ähm, so ein Babyleben sein muss. Voll langweilig. Aber wenn man sprechenden Bär hat, ist es nicht ganz so langweilig. Wie cool dieses Spiel ist. Ich liebe es. Muss ich ehrlich sagen, ich liebe es gerade. Richtig. Mobile haben wir auch. Wie cool. Wie cool. Wie mega. Wie mega. Wie mega. Wie mega. Sehen sie da immer noch? Okay. Oh, das ist unser Teddy. Wie cool. Äh. Die Tür geht da hinten auf. Ist das gut? Oder ist das... Nein. Nein, nicht unser... Irgendwas mobbt unseren Teddy. Nein. Nein. Die klauen unseren Teddy. Nein. Ach, nein. Irgendwas verschickt. Man kann auch nicht nach hinten gucken oder so, ne? Nein. Aua. Ist doch unfair. Okay. Sieht aber auch gruselig aus, ne? Sieht mega gruselig aus. Wir müssen bestimmt unseren... Wir müssen bestimmt unseren... Oh, wie mega gruselig das aussieht. Wir müssen bestimmt unseren Bären finden. Teddy? Äh, so können wir... Okay. Teddy? Teddy? Hey! Kommen wir da überhaupt an die Tür ran? Ne, aber wir können jetzt... Ich höre... Ich höre da auf jeden Fall was. Was ist das? Ist das unser Teddy? Oder... Wir sind ein richtig schlaues... Mega-Baby, Alter. Wir kommen überall durch. Nichts hält uns auf. Äh. Wie cool das ist. Wieso werden wir die Tür öffnen? Kommen wir da irgendwie... Lang oder so? Kommen wir hier irgendwie lang? Ich gehe erstmal nicht in die offenen Türen. Vielleicht gucken wir erstmal das andere als an. Ist mega dunkel. Mega dunkel. Aber wir können mit dem Ball spielen. Richtig cool. Hier kommen wir nicht irgendwie... Nein, wo ist der Ball? Er war doch nicht eben. Ball? Hä? Wo ist... Okay. Unser... Ist da unser Teddy? Nein! Da ist unser Teddy drin! Wie kriegen wir den da raus? Äh... Stecker ziehen oder sowas. Da. Wir haben Stecker. Bam! Wir sind richtig das... Wir sind richtig das Hyper-Baby. Wir sind richtig cool. Oh, wie... Wie megamäßig das Spiel ist. Das ist richtig cool. Du musst deinen Mutter finden? Okay. Alter, da knurrt uns irgendwas an. Da knurrt uns irgendwas richtig fies an. Irgendwas knurrt uns richtig fies an. Wir müssen sehr kalt sein. Du wirst nicht wissen, was du hörst. Leise. Ganz leise. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe ja dunkle Ecken, ne? Das sind aber nur Mäntel drin. Alter, er ist so laut. Die Tür war voll laut. Ich hoffe... Können wir da irgendwo durch? Können wir da rüberklettern? Ne. Aber wir sind ja ein Staus, Baby. Wir können ja krabbeln. Bam! Aber man krabbelt das mal voll schnell. Äh... Ist da irgendwas? Mami? What the fuck? Was ist das? What the fuck? Mami? Mami? Kann man den irgendwie ausmachen? Den Fernseher? Irgendwie Stecker oder so? Ach nee, das ist einer von diesen modernen Fernsehern. Die haben kein Kabel. Alles da? Okay. Okay. Wie mega, wie es dieser Schatten aussieht. Machen wir ein bisschen lauter. Nein. Was ist da? Was ist da? Hä? Oh nein. Was ist das da oben? Oh, ich dachte eben, das war ein Monster oder sowas. Das ist eine Pflanze. Also... Oh, nicht mal eine Flasche. Oh, das war richtig laut. Hier, wir machen die Kirschhorn wieder zu. Weil, wir müssen ja auch so ein bisschen... Wir sind ja so richtig öko. Wir müssen ja auf den Stromverbrauch achten hier. Ja, also wir müssen ja den Klima wandeln. Oh, wie cool der Schatten aussieht. So, bam, bam, bam. Das Dance rückt das Baby. So, bam, bam, bam. Das ist voll cool gemacht. Richtig cool. Wie sind sie? Wie sind sie? Scheiße, habe ich mich erschrocken. Was war das? Alter, die Toppflanze. War die eben schon... Nee, die... Was ist da eben? Topflappen war da eben noch nicht. Scheiße. Kriegen wir die auf? Nee, aber wir sind ja so ein Hyperbaby. Wir brauchen irgendwie einen Stuhl oder sowas. Kriegen wir so einen Stuhl? Also wir sind so ein richtig starkes Baby. So richtig so, bam. Richtig, richtig cool. Okay, da kommen wir locker easy hoch. Wir sind richtig so ein geiles Baby. Also so schlau wäre ich ja auch mal gewesen. Oder so stark. Wie das Baby. Bam, Tür auf. Oh, ich... Oh, scheiße. Ich dachte, er steht da. Kann man hier raus? Ich finde das ja mega cool, dass man hier alles bewegen kann. Wirklich fast alles kann man bewegen. Außer es wird verwendet. Wie das Buch zum Beispiel. Gucken wir hier rein. Wow. Alter, das hieß in den echt mies aus. Alles hört sich an wie so ein Hund. Der gerade gequält wird. Sie sind richtig so ein megamäßiges Baby. Richtig cool. Mann. Mami? Oh, scheiße. Mami. Mami? Bist du das? Mami? Mami? Kann ja unser Teddy knuddeln. Der leuchtet, ja. Mami? Bist du hier? Mami? Mami? Hallo? Mami? Äh. Achso, ja. Wir müssen... Können wir hier auf die Schubladen drauf? Können wir die rausschieben? Mega. Cool. Der muss bestimmt ganz raus. Genau. Weil sonst kommen wir da nämlich nicht an. Aber wie weit die Schublade rausging. Ich hab noch nie so eine Schublade gesehen, die so weit rausging. Mami? Ich seh sie da irgendwo schon. Mami? Hier sind ganz, ganz, ganz viele böse Monster. Irgendwie. Irgendwie. Mami? 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 Hey! Mami? Ich will die Bettdecke wegmachen. Was? Sie ist nicht hier. Mami? Nein! Mami! Scheiße! Müssen wir dahin gehen, wo das Geräusch herkommt? Ich höre auf jeden Fall die Stimme von unserer Mutter. Jetzt ist sie ein gruseliger Hase. Okay, da waren wir eben schon. Mami? Mami? Hey! Wo ist sie denn? Mami? Hey, Mami? Wo bist du? Oh! What the fuck? Scheiße, Mann! Was war das? Mami? Jetzt will ich wirklich zu Mami. Ist sie hier drin? Oh, wie cool sieht das denn aus? What is this? Da kann man durch. Wie mega. Und auch richtig realistisch. Richtig me... Mega cool. Mega. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Wir gucken nächstes Mal einfach, was hier hinter diesem Portal ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob du das Spiel schon kanntest. Und wenn du keinen Schockmoment mehr verpassen möchtest, dann kannst du dich hier unten abonnieren. Ciao, Leute! Tut mir Leute! S Charlam ist online. in Oi, hombre! Bundeskirist von Nat positiv. Naomi? Tutaj in Hostin! dances in Royale... państwa in Holland. respects ن outrage! förs